Hallo ihr Lieben Faszien Hamburg. Es ist soweit. Ich freue mich total. Der Podcast startet. Ihr werdet in dem Podcast nützliche Interviews erleben von meinen Klienten, Patienten. Seid einfach live dabei. Ich plaudere aus dem Nähkästchen über Faszien. Alles, was ihr wissen möchtet, ihr könnt mir Fragen stellen. Ich bin seit fünf Jahren Faszientherapeutin und habe so einiges in der Faszienwelt erlebt und das würde ich gerne mit euch teilen. Ich freue mich total auf eure Anregung und ja, viel Spaß jetzt beim Reinhören in die Folge. Ich mache jetzt seit fünf Jahren Faszientherapie, Faszientraining. Ja, der Faszien begeistert mich einfach, hat mich von Anfang an, als ich selbst behandelt wurde, mit meiner Hüfte, mit meinem Bein fasziniert und da muss ich sagen, als Physiotherapeutin meinen Schwerpunkt lege ich auf Faszien. Warum? Weil die Behandlung euch so viel weiterbringt. Also es ist einfach eine effektive Methode. Die myofasiale Behandlung setzt andere Ursache an und kann ganz, ganz viel bewirken. Dann gehen wir weiter. Merkst du, dass die Muskulatur schnalzt? Genau. Auch wenn wir nicht direkt auf der Haut behandeln, haben wir einen effektiven Reiz, da ich an einem wirklich Bündel bin, also myofaszial, habe ich einen sehr großen Einfluss jetzt auf die Verbindung Oberschenkelmuskel, Hüftbeuger. Und das war's für die Wunderschutz. Und das war's für die Wunderschutz, die wir in der Fall über mir immer wieder rennen, die wir in der Fall gemacht haben. Und das war's für die Wunderschutz. Vielen Dank.